Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ja auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein, Behände aus dem Bett. Der Bettverleger gibt uns Schwung bis direkt vor's Glossett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Ach, fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ja auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasser. Bis zum nächsten Mal.